Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu My Day Friday. Heute werden wir Frühstücksmuffins zubereiten. Eine besonders leckere Art, um zu frühstücken. Um das Frühstück mitzunehmen, um das Frühstück gleich zu essen, was auch immer. Und ich würde sagen, bis gleich! Das sind die Zutaten für heute. Wir brauchen etwas Mehl, grob gehackte Walnüsse. Ich benutze ein Aprikosenkernöl, was sich hervorragend für Muffins eignet. Dann etwas Backpulver, Vanille, ein paar Haferflöckchen, Cranberries, auf jeden Fall etwas Salz, etwas Agavensaft. Und hier hinten versteckt etwas Orangensaft. Ich benutze heute die Mandelmilch von ProVamel, die finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Und die passt einfach hervorragend heute zu meinen Muffins. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Natürlich werden die Muffins jetzt auch probiert. Weil niemals backe ich, ohne etwas zu essen. Schmeckt einfach super lecker. Und isst einfach mal ein etwas anderes Frühstück. Und vielleicht ist das auch was für dein Wochenende. Ich mag die wirklich gerne. Walnüsse, Cranberry, Haferflocken. Ist doch genau das Richtige. Und auch unser Brötchen holen. Warum nicht mal Muffins machen? Ja, das war's von mir für heute. Morgen nichts vergessen geht das nächste Yoga-Video hier online. Und mach dir ein tolles Wochenende. Und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.